Habt ihr das gesehen? Friends ist dein Genie! Hey, kommt schon, singt lauter! Hab es gut, frech ist schlecht, sei nicht frech, denn frech ist schlecht. Uh, eure Großmutter und all eure Freunde werden entzückt sein, wenn ich ihnen das auf eurer nächsten Geburtstagsparty zeige. Soll das ein Witz sein? Warte mal kurz, ich muss nachdenken. Oh Mann, ist die gut. Sind sie erledigt? Nein, Dewey hat Bauchkrämpfe vorgespielt, um Zeit zu gewinnen. Guter Mann. Wahnsinn, wäre deine Mom in Vietnam gewesen, dann wird es heute sicher in Hanoi ein großes McDonalds geben. Idiot, in Hanoi gibt es schon lange ein McDonalds. Ey, klasse!